Das ist Masha und der Bär. Bianca und ich werden sie besuchen. Im Land der Legenden. Wir müssen uns hübsch anziehen. Jeans? Nein! Ein Sweatshirt? Nein! Kleider! Wir müssen uns hübsch anziehen. Oh, ja! Ja! Und das ist für mich. Mama, komm rein! Es ist zwar schön, aber passt nicht. Ja, girl! Oh, ja! Wow! Oh, ja! Hm? Jetzt können wir sie besuchen gehen. Bianca Style! Bianca Style! Masha und der Bär leben dort drüben. Wow! Lass uns ins Boot steigen, um sie zu besuchen. Was für ein schöner Fluss! Wow! Und wir sind wunderhübsch! Was ist da drüben? Schau! Eine Höhle! Mit Kürbissen! Sowas mit dem Wisschen! Masha, die Fee! Und dort ist es Winter. Und dort ist es Winter! Erfrier nicht Noch eine Höhle Feuerwerk Oh, ein Einhörnchen steckt in einer Schneewehe fest Und hier wird geangelt Oh, Marmelade Werden wir denn Masha bald treffen? Hier sind ihre Sachen Da, ich sehe Masha Masha, warte Wir gehen von Bord und kommen zu dir Masha, warte Masha, warte Masha, warte Masha 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 Herr